Eine Banane. Hallo! Ich bin der Ronny. Da guckst du nicht gut, doch. Sag mal, wo kommst du jetzt her? Ich hätte gar nicht sorgen. Ich bin der Sachsen, Ronny. Entschuldige mal, wie kommst du hier rein? Darf ich mal deine Karte sehen? Hab ich gerne. Ich bin Geitsch. Bitte was, bist du? Geitsch. Geitschig. Geitsch. Ich bin Geitsch. Das hab ich von der Oma. Der Oma war Geitsch. Die war so geitsch. Die hat den Hühner heißes Wasser zu saufen gegeben, damit er die Eier gleich gekocht gelöst hat. Also Moment mal. Nein, bitte. Lieber Ronny, wir haben ein kleines Problem. Wir haben hier eine Königin. Also, hübsch. Und diese Königin, die sucht ihr Zepter. Ui. Kann es vielleicht sein, dass du... Ui. Darf ich mal in deine Tasche sauen? Juhu. So gut. Wir gucken mal hier rein. Sag mal, was schleppst du denn alles mit dir rum? All inklusiv. Du hast sogar deine eigenen Getränke mitgebracht. Juhu. Die Klubgola. Das ist gut. Sie können sich essen. Ähm. Was ist denn das? Ui. Oh, nun mal gut. Stopp. Würde ich sagen, bevor unsere Königin zurückkommt und ihr Zepter in den Händen hält, Ui, würde ich mich an deiner Stelle ganz schnell von ihrem Volk verabschieden. Ui, sagst du Tschüss und noch einen schönen Abend. Ja. Na. 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 Haben wir was vergessen? Ja. Na. 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 Das andere Ding auch. Das ist eine Banane. Das weiß ich auch. Weißt du, warum die so krumm ist? So krumm? Ja. Weiß ich nicht. Die hat jahrelang einen großen Bögen an uns rum gemacht. Ja. Ist gut. Schönen Abend noch. Tschüss. Ronny. 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 Ronny.